Frau Pleim, ich möchte Ihnen ein Exemplar meines Buchs überreichen und Ihnen dabei danken. Sie werden sehen, dass Kapitel 28 sich um Sie dreht. Und das war dank Ihrem Buch und auch dank dem netten Interview. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie mich hier haben. Und ich hoffe, in weiterer Zukunft, wir werden uns noch einmal sehen. Das hoffe ich auch. Noch was? Das ist zu korus, ich hoffe. Nein, das ist nicht zu korus. Wir bleiben in Kontakt. Danke schön.